Es ist seltsam, an was man sich manchmal erinnert. Ich erinnere mich, dass ich noch zu klein war, um über die Tischkante sehen zu können. Da war diese Schneekugel, in der ein kleiner Pinguin wohnte. Er war ganz allein da drinnen und ich machte mir Sorgen um ihn. Mein Vater sagte mir, sei nicht traurig. Er hat ein schönes Leben. Er lebt in einer perfekten Welt. Ich lebe in einer perfekten Welt. Ich habe alles, was ich zu meinem Glück brauche. Eine tolle Arbeit, die ich unglaublich gerne mache. Einen wunderbaren Mann, mit dem ich alt werden möchte und eine bezaubernde kleine Tochter. Doch manchmal, wenn du denkst, du seist der glücklichste Mensch auf Erden und nichts Böses könne die Glaskugel deiner eigenen, kleinen, perfekten Welt durchbrechen, holt dich die Vergangenheit schneller ein, als du denkst. Ich habe noch einen Moment. Untertitelung des ZDF, 2020